Mai, der alle Jugendnationalmannschaften durchlaufen hat, bildet zusammen mit Jérôme Boateng die Innenverteidigung der Bayern. Niklas Süle rückt dafür ins defensive Mittelfeld. In dieser Saison bestritt Mai 31 Pflichtspiele, darunter auch sechs Partien in der UEFA Youth League und ein Spiel für die U23 in der Regionalliga Bayern. Durch sein Bundesliga-Debüt ist er der erste Spieler des Jahrgangs 2000, der ein Spiel für die Bayern absolviert. Video-Becker, Vidal wird Bayern gegen Real.